Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Es geht um ein Rezensionsexemplar und zwar um die Chroniken von Peter Pan von Christina Henry, Albtraum im Nimmerland. Dieses Buch hat 350 Seiten und hat vier Sterne von mir bekommen. Das ist ihr neuster Roman und man kann den eigenständig von den anderen lesen. Also die letzten drei Bücher von ihr waren ja eine Trilogie, die eben eine Adaption von Alice im Wunderland waren. Ja, in diesem Buch geht es natürlich, wer Titel schon sagt, um Peter Pan bzw. zwar um die Geschichte um Peter Pan, aber nicht aus der Sicht von Peter Pan, sondern aus der Sicht von Captain Hook. Und das ist kein Spoiler, denn das steht hinten auf dem Klappentext auch drauf, denn man weiß nicht von Anfang an, dass es Captain Hook ist. Also nur mal so. Ich finde einfach das Cover richtig cool, genauso wie auch die Cover von Alice. Und auch hier ist es so, dass sie einen richtig coolen Buchschnitt haben. Und hier sieht man halt eben Spinnenweben auf dem Buchschnitt. Natürlich ist das auch wieder eine Adaption. Ich mag Adaptionen von Märchen immer sehr gerne. Ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht weiß, wie nah oder wie entfernt sich das Ganze jetzt an das Original von James Matthew Barry hält, weil ich das nicht gelesen habe. Also ich kenne natürlich die Disney-Verfilmung und das war es aber eigentlich schon. Also ich habe das Original nicht gelesen. Ich kenne jetzt nur diese Adaption und muss zugeben, dass ich mich auch an die Handlung von dem Disney-Film nicht mehr so wirklich erinnern kann. Also grob ja, aber das ist schon sehr lange her, dass ich das geguckt habe. Aber dementsprechend bin ich vielleicht auch ein bisschen unvoreingenommen. Also es geht halt darum, dass das Ganze aus der Sicht eines der Jungen geschrieben ist, die halt von Peter Pan auf die Insel gebracht wurden. Also Peter Pan ist ja ein Junge. Er ist ja elf Jahre alt, der eben nicht älter werden will und auch nicht älter wird. Und er holt sich halt Jungs auf die Insel, mit denen er dann halt eben spielen kann und Abenteuer erleben kann. Und er verspricht ihnen halt eben ein besseres und glücklicheres Leben ohne Sorgen, ohne Erwachsene und mit viel Spaß und Spiel und Freude im Prinzip. Und er sucht sich dafür besondere Jungs halt eigentlich aus, die halt keine Eltern haben, zum Beispiel Waisenkinder, die aber auch auf der anderen Seite irgendwie tough sind, die er zum Beispiel während einer Prügelei erwischt hat oder so. Jedenfalls ist es auch so, dass er immer ungefähr die gleiche Anzahl von Jungs um sich schaut. Und natürlich ist er deren Held, also die sehen zu ihm auf und machen eigentlich alles, was er will und folgen ihm sozusagen in jedes Abenteuer und in jeden Kampf hinein. Denn es ist so, dass man relativ schnell merkt, dass halt eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen auf dieser Insel jetzt hier ist. Denn das Ganze ist, wie gesagt, aus der Sicht eines der Jungen geschrieben und zwar des ersten Jungen. Also er ist der erste Junge, den Peter Pan eben auf die Insel geholt hat. Der heißt Jamie und er ist eben sozusagen dafür da, sich um all die Jungs zu kümmern. Also das ist so die Aufgabe, die er sich eben selbst auferlegt hat, weil er eben gemerkt hat, dass Peter eben alles einfach egal ist. Also er will einfach Spaß haben. Er will, dass alle nach seiner Pfeife tanzen. Er will seinen Willen durchsetzen. Und wenn den Jungs was passiert, wenn es denen nicht gut geht, dann ist ihm das eigentlich egal, weil er sich einfach Ersatz holen kann sozusagen. Also er ist halt kein besonders sympathischer Junge hier in diesem Buch. Also er ist einfach sehr egoistisch. Er ist arrogant. Er hält sich für den Größten. Er will, wie gesagt, dass alle das tun, was er will. Er will nicht, dass die von der Insel wieder runtergehen. Also jeder, der einmal auf der Insel ist, bleibt auf der Insel. Er verlässt die nicht lebend. Und das ist halt eben auch das, was Jamie so ein bisschen oder ein bisschen mehr beklagt. Also er ist schon sehr lange auf der Insel. Er ist ja der erste Junge und er hat schon sehr, sehr viele Jungs sterben sehen. Dementsprechend ist es halt eben eine sehr, sehr düstere Adaption von den Märchen. Denn es ist so, dass es auch wie in den Märchen eben ist, dass es dort auch diesen Krokodilsteich gibt. Es ist so, dass es diese Piraten da gibt und es gibt noch die Vieläugigen. Das sind halt so eine Art Monster, die dort halt leben. Und von denen, die sich auch natürlich am liebsten irgendwie fernhalten wollen. Die Piraten und die Jungen, die liefern sich halt immer wieder Kämpfe. Und dabei werden halt auch welche getötet. Sowohl Piraten als auch Jungen. Oder die Insel holt sich die Jungs auf irgendeine andere Art und Weise. Also es ist halt doch schon ziemlich blutig. Es ist teilweise auch brutal. Wie halt die Vorgängerbände der Autorin auch. Also das ist man ja mittlerweile von ihr auch schon gewohnt. Man merkt halt auch, dass Peter eigentlich überhaupt nicht sympathisch ist. Dass er halt einfach so ein kleines, verzogenes Gör ist. Das Ganze, was eigentlich so relativ harmlos anfängt, wendet sich dann doch relativ schnell. Und dann überschlagen sich auch die Ereignisse. Es ist dramatischer. Es wird spannender. Und es wird auch nervenaufreibend, haarsträubend. Und nicht so schön, sagen wir mal. Ja, auf jeden Fall hat es mich direkt in seinen Bann gezogen. Ich habe schon mal eine Adaption von Peter Pan gelesen. Das war von Brom. Und hieß der Kinderdieb. Das fand ich auch richtig gut, das Buch. Also wenn ihr Peter Pan mögt und Adaptionen zu dieser Geschichte mal lesen wollt, dann kann ich euch wirklich nur der Kinderdieb empfehlen. Aber auch hier Ob Acht sehr düster und brutal. Das hat mich ein bisschen so natürlich daran erinnert. Klar hat ja auch die gleiche Vorlage. Und dementsprechend auch wieder überzeugt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch wieder ein besonderer Schreibstil hier. Auch wie aus den anderen Büchern von Christina Henry schon bekannt. Er ist metaphorisch. Er ist wirklich sehr einnehmend. Er ist irgendwie so bildgewaltig. Und irgendwie so besonders. Also man muss schon sagen, dass es hier halt oft auch blutig und brutal daherging. In den Alice-Teilen war es ja oft so, dass man sich das nur so denken konnte. Dass da was passiert sein muss. Und hier ist es auch so, dass bestimmte Dinge eben nur so erwähnt werden. Aber es passieren auch tatsächlich blutige Dinge und brutale Dinge. Also es ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Wer jetzt hier irgendwie so eine schöne Märchenanaption erwartet, der wird schnell eines Besseren belehrt. So ist es nicht. Dementsprechend auch bestimmt nicht für jeden was. Und besonders cool fand ich halt, dass das Ganze mal aus einer anderen Perspektive eben geschrieben ist. Also eben man erfährt das Ganze nicht aus der Sicht von Peter. Der natürlich eine komplett andere Sicht auf die Dinge hätte. Also er würde sagen, Jamie ist der Böse. Jamie denkt genau das Gegenteil. Also man weiß eigentlich, Peter ist der Böse. Eigentlich kann man sagen, keiner von beiden ist jetzt gut. Denn Jamie ist halt schon lange da, genauso wie Peter eben. Und hat auch schon viele schlimme Dinge gemacht, die Peter eben halt von ihm erwartet hat. Die er ihm befohlen hat, sag ich mal. Und bis vor kurzem war es halt eben auch so, dass er Peter halt auch als seinen besten Freund sozusagen gesehen hat. Jedenfalls kann man hier auch nicht von gut und böse sprechen. Also ich meine, die Piraten sind nicht gut oder böse. Peter, ja, ist nicht gut. Eher böse. Also ich wüsste nicht, was an ihm gut sein soll. Und Jamie ist aber auch nicht nur gut, aber auch nicht komplett böse. Und er ist definitiv nicht der Bösewicht der Geschichte, den Peter aus ihm machen würde. So, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und man kann auf jeden Fall alles, was Jamie tut, nachvollziehen und sich in ihn hineinversetzen. Man fühlt seinen Schmerz, seine Hin- und Hergerissenheit. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Also wer Peter Pan mag, wer Märchenadaptionen mag, wo es auch gerne düsterer dahergehen kann, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick auf dieses Buch werfen. Und ansonsten würde es mich natürlich sehr interessieren. Kennt ihr die L.S. Trilogie? Kennt ihr dieses Buch? Und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.